Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Indie-Game-Gameplay, und zwar Dust an Elysian Tale. Ein Spiel, das vor kurzem rauskam bei Steam, und ich habe mir gedacht, komm, das sieht irgendwie total interessant aus, das musst du wieder mal anschauen. Und ja, wir starten jetzt einfach gleich mal los. Unterstützen die neuen Speicherplätze, automatische Speicherfunktion. Okay, dann machen wir hier eine Speicherfunktion, wie ihr seht, habe ich noch gar nicht gespielt. Erhöhtes Schwierigkeitsniveau in Form für erfahrene Actionspieler, die Feinde sind schlauer und zäher. Ja, natürlich spielen wir auf Schwierig, ich will nämlich ein bisschen eine Herausforderung, wenn ich schon da spiele. Auf normal ist es langweilig. Okay, das sind jetzt also wir, um in den Kampf zu ziehen. Okay. Okay. Aber, despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mother, but to a single child. Und das ist ein spellen, und das ist ein Pecheneu, das ist ein Schwerd. Und das ist ein Schwerd. Du bist so, wenn du das, was du hast, habe ich mich gefeiert. Und das ist es ein Schwerd. Alles klar. Was ist das eigentlich für ein Schwert, fragen wir mal. Nee, komm. Was willst du, du kleines Vieh? Mach dir doch platt. Oh, Fidget kommt mit. Irgendwie gefällt mir das Spiel verdammt gut gerade. Okay, bewege dich mit L oder mit dem Digitalkreuz. Ich mach das lieber mit dem Analogstick. Oh, Hoppelhäschen. Kleine süße Hoppelhäschen. Die Lichtung. Das ist alles so magisch und so mystisch und so schön. Ist das mal ein anderes Game? Hm, oben oder unten? Okay. Oh, da habe ich jetzt ein geheimnisvolles Wandhuhn. Okay. Alles klar. Hm, hier rufen wir also die Karte auf. Alles klar. Ah, was ist das? Ah, okay. Ah, da kann man also so hinunterspringen. Alles klar. Okay. Oh, da hinten haben wir eine Stiftrolle. Was ist das? Notizen zugefügt. Schatz. Willkommen im Missionstagebuch. Hier kannst du aktive und abgeschlossene Missionen ansehen. Außerdem bekommst du etwaige Notizen angezeigt, die du gesammelt hast. Ah, nee. Das möchte ich jetzt nicht du lesen. Habe ich keinen Bock. Aber hier ist ein Schatz. Oh, yeah. Oh. Ja, wir brauchen dann einen Schlüssel, wie es aussieht. Alles klar. Gut, dann laufen wir mal hier rechts wieder weiter. Oh, Bambis. Okay. Ich wollte schon nie, der Metzl. Oh, oh. Oh, okay. Wie klein ist es, wie süß. Oh. Oh, keiner hat was über Monster gesagt. Strang. Wo habe ich diese Skills gelernt? Du hast die Blade von Ara und mit ihr alle die Skills erzeugt. Oh, hallo. Monsters? Ist das, warum habe ich dich beschloss, um diese Kraft zu kontrollieren? Es ist wahrscheinlich, Dust, dass ich von meinen Schlüssel erwähnen würde, um diese Wälder zu erwähnen, um diese Wälder zu erwähnen. Vielleicht finden sie, wird erzeugt in die Wälder zu retten, um deine Wälder zu retten. Und dann wird es in der Wälder zu erwähnen, richtig? Nicht mehr Monsters? Fidget, ich denke, dass sich die Dinge um sich um ein bisschen schlimmer werden. Und ich denke, dass die Morgen angefangen hat, ziemlich gut zu erwähnen. Okay. Oh, ein Speichermonument. Okay, da kann man also speichern. Alles klar, dann machen wir das hier. So. Wo kann ich mich denn heilen? Oh, yeah. Wie geil. Ich weiß noch nicht, was ich da mache, aber ich zücke irgendwas und er macht ganz coole Sachen. Oh, yeah. Oh, yeah. Wie ich mich hier durchmetzel. Lebt er noch? Nee, jetzt ist er tot. Vielleicht kann man was aufheben. Nee, doch nicht. Oh, da wollte ich mich anspringen, die Sau. Nix hier. Oh, yeah. Wie geil. Okay, das macht schon Spaß, das Game, muss ich schon sagen. Oh, yeah. Man metzelt sich hier ganz schön durch, aber was wir hier überhaupt machen müssen und was die Story ist, das weißen, wissen wir noch gar nicht. Wir sind halt irgendwie so ein komischer Typ halt. Der Staubsturm. Geil. Ich mag es. Ich mag es. Demonstrate. Das war alles? Das war's. Wauw. Oh, bei der Frage. Every time I use my power, it'll use a bit of energy meter. You can recharge the meter with melee combos. Yes, Dust. Between your combos and Fidget's own powers, you can achieve a higher hit chain, which will yield bonus experience after each battle. However, if you are struck by an enemy, the chain will be broken, and you will lose your bonus experience. Alright. I think I understand. If this is all too much for you, you can check out the help screen via the pause menu. Thanks, Fidget. I'll take a look if I'm ever in trouble. Okay. Okay. Möge das Gemetzel losgehen. Jetzt haben wir halt das Neue hier gelernt, aber ich brauch das nicht wirklich. Obwohl doch, das macht schon eigentlich ganz ordentlich Damage. Also sollte man das vielleicht nicht... ...sollte man das schon benutzen eigentlich. Wie heilt man sich denn? Ich würde gern wissen, wie man sich heilt, man. Ich hab grad alles gedrückt, aber irgendwie... Ah. Ah. Okay, also es ist so ein bisschen Rollenspiel stylisch. Hab ich schon gecheckt. Okay. Oh, ein Ring. Ein Bauplan für den schmutzigen Ring. Okay. Okay. Alles klar, da sind die auch da. Okay, hier kann man wieder speichern. Ja. So. Wunderbar. 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 Ja, meine Freunde. Das ist halt so ein Sidescroller-Gemetzel-Game. Ja. Finde ich eigentlich gar nicht mal so übel. Ich mach was Neues für zwischendurch. Auf alle Fälle. Ja, komm schon. Ich will dich in die Fresse hauen. Ich will dich in die Fresse hauen. Äh, dir in die Fresse hauen. Oh. Ah, auf LB heilt man sich. Alles klar. Okay. Sehr schön. Jetzt weiß ich auch, wo man sich heilt. Das haben wir dann auch gelernt. Oh, yeah. Komm schon. Okay, da ist er untergefallen. Okay, machen wir. Öffnen wir die Gesundheit. Jawohl, ich hab nur einmal. Okay. Also man hat ja auch noch sowas zum Skillen und so. Also gar nicht mal so übel. Und da vorne sehe ich eine Fahne. Kann ja sein, dass das das Ende des ersten Levelschluss? Jawohl. Hat er weggeschnetzelt hier. Oh, yeah. Oh, sie sind da getroppt. Irgendwas nettes. Ein Kuchen. Jawohl. Kuchen. Muffin. Yes. Kein Ausweg. Okay, muss ich halt hier noch ein bisschen weghauen hier. Ah. Haha. Ich habe vielleicht gedacht, dass du mir erzählst. Oh, dumm bin ich. Ich habe alle meine Detail-Mapen und Navigationen-Equipment nach einem verrückten, verrückten Sord. Entschuldigung, dass ich dich verabschiedet habe in diesem Fidget. Also, du solltest du. Du hast mir einen Sord, mich in Probleme. Komm schon. Jetzt, wenn ich mich darüber nachdenke, das ist nicht die erste Mal, dass ich diese Sicht gesehen habe. Ich bin hier vorhin, in diesem ganz Ort. Dann, vielleicht kennst du die Stadt an der Basis dieser Kliffe? Es ist schwierig, von hier zu entfernen zu machen. Wir müssen nach dem Valleflug fallen, wenn wir etwas näher kommen wollen. Sehr gut. Proceed, wie du möchtest, Dust. Proceed, wie du möchtest, Dust. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir für das erste Mal einen kleinen Cut und sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss!